Hallo, wie alt bist du? Neun. Wie heißt du? Töhn. Was machst du hier im Projekt? Zusammen mit meiner Schwester was machen. Also so in Tablets, so eine Bildergeschichte. Wie gefällt es dir hier? Gut. Was für ein Thema interessiert dich hier gerade? Alle. Was heißt alle? Einfach von Diana, so zum Beispiel. Wie bist du zu den Projekten gekommen? Ähm, weil, weil, ähm, weiß. Was gefällt dir hier nicht so gut? Gar nichts. Was gefällt dir hier besonders gut? Ähm, was mit Adriana, dieses mit dem Kneten da. Wie findest du die Leiter des Projekts? Toll. Kannst du mir den, das Projekt in drei Wörtern beschreiben? Ähm. Nein, weiß ich nicht so genau. Cool, schön und toll. Wie viele Leute.